Herzlich Willkommen zum Mehmet Kochstudio. Heute machen wir lecker türkische Pizza. Wir brauchen dafür lecker türkische Teig. Und dann kneten und dann platt machen. Also zuerst an die Frau denken. Und dann platt machen. Also an den Liebhaber von der Frau denken. Scheiße, scheiße. Wer glaubst du wer du bist? Warum hast du meine Frau geknetet? Scheiße, scheiße. So, und jetzt noch was fürs Auge. Darum habt ihr gewartet. Hopp! Was jetzt noch fehlt ist Mehmet Fix für türkische Pizza. Auch passen. Danke. Und hat auch gar nichts weh getan.